An der hessischen Nibelungenschule wird über den eigenen Tellerrand hinausgedacht. Energiesparen an der Schule ist super. Es dann aber auch noch zu Hause zu tun, noch viel besser. Durch aufklärende Aktionen soll dafür bei der gesamten Schulgemeinschaft das Umdenken angestoßen werden, in jeder Situation klimafreundlicher und energiesparender zu handeln. Unsere Hessen sind deshalb die Aufgetehrten.